So, jetzt quatschen wir ihn mal an. Und? Jetzt alles zu deiner Zufriedenheit? Von wegen. Schau dir mal das Ungetüm an, das Ronny mir da geschickt hat. Wieso? Ist doch lustig. Lustig? Er ist viel zu groß. Ist es wirklich zu viel verlangt, einen menschlichen Masseur mit kräftigen Händen und ohne Fell oder Schuppen zu bekommen? Der hat doch gar kein... Der hat doch gar kein Fell. Nur die Hände vielleicht, aber der hat auch keine Schuppen, der hat Haut. Hä, was willst du von mir? Viel zu groß, sagt er. Also ich muss auf jeden Fall die Größe ändern. Okay, dann gehe ich nochmal... Ne, wir müssen zum Dings gehen, harte mal. Hier, guck dir mal. Das heißt, wir müssen die Größe tauschen. Das heißt, der Clown kann ruhig größer sein. Ja, ja. Jetzt frage ich mich nur... Wie können wir denn die Größe... Dann müssen wir einfach nur die Statur ändern, oder was? Hm. Okay, naja, egal. Dann gehen wir nochmal... Fahrstuhl. Schade, ich dachte ja, wir haben es gleich geschafft. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wie wir die Lösungen rausfinden. Wir hätten einfach die Datasette drinnen lassen müssen. So. Okay, jetzt ist der Masseur wieder weg. Chill out zone. Alter, ich mag das Rätsel. Ist irgendwie cool, so ein bisschen rumzupuzzeln. Aber das Kleintier, das muss jetzt stimmen, weil da kann... Da kann ich nicht mehr viel ändern. So. Und so. Weil das ist doch die Haut, oder nicht? Warte mal, Behaarung ist sie richtig. Statur. Ändern wir mal einfach die Statur. So. Ob das jetzt was gebracht hat, weiß ich nicht. Aber der sagte ja, er ist zu groß, also... Es ist zu groß. So, guckt der mal. Mal gucken, ob er jetzt den Clown noch akzeptiert. In der großen Form. Oh. Warum ist der eigentlich unzufrieden zu den Clown, weil... Warte mal, ist das jetzt unser... Äh, ja. Warum ist der eigentlich zufrieden mit einem dürren Masseur als einem kräftigen Masseur? Okay, der sieht wirklich lustig aus. Der sieht wirklich lustig aus. Der könnte sogar fast durchgehen, außer der Schwanz natürlich. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal zum Fahrstuhl. In den Datenraum. Gut, dass ich mir das offgeschrieben habe. Sonst kann sich doch keiner so merken, was was wer braucht. So, der hat den jetzt den hier rein. Und dann erschaffen wir unseren Masseur. Mein Besitzglock kann ich weglegen. So, jetzt hoffe ich mal, das reicht. Es ist eigentlich nur weh. Man muss sich eigentlich nur merken, was die einzelnen... Nanu? Was ist denn hier passiert? Hallo? Oh, nö, was haben wir gemacht? Oh, nein. Äh, ich geh mal zum Spa. Komisch, alle weg. Oh, oh. Hallo? Was hab ich getan? Was ist hier? Ob das der Masseur war? Alter, wie es hier aussieht. Das ist ja wie Chaos auf Deponia hier. Hm, hier können wir auch nichts mehr machen. Tja, haben wir jetzt den ältesten Rat versammelt? Warte mal. Kommen wir vielleicht jetzt hier rein? Haben die sich hier vielleicht versteckt? Da ist doch jemand drin. Hier, versteckt ihr euch also? Nicht doch die Tür auflassen. Schnell, komm rein. Okay. Au, ist das eng. Und, brr, so kippschig. Pst, jetzt. Sie sind noch da draußen? Wer ist da draußen? Pfi, Lox. Sie sind überall. Ach, wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das freut mich auch. Aber bevor wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollt ihr uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im ältesten Rat gibt es eine Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Unsinn. Da draußen ist alles frei. Keine Spur von... Ich wüsste einen Weg. Ach du. Musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten nur irgendwie dieses Gitter aufbekommen. Den ganzen Lüftungsschacht bis zum ältesten Rat? Ich weiß nicht. Ach, es kommt bestimmt bald Hilfe. Und wir haben noch zwei Stunden Saunazeit übrig. Also ihr sitzt hier lieber rum und schwitzt, als irgendwas zu machen. Also waren wir vielleicht schuld daran, dass es Fuel Locks überhaupt gibt, weil wir sie erzeugt haben. Was? Oberkörper, Schweißperlen? Was? Hä? Gitter. Also wird das auch nichts. Nee. So bekomme ich das nie auf. So, wir haben... Kein Inventar. Hä? Wieso haben wir kein Inventar? Können wir die Wasserkelle nehmen? Rück doch mal! Kommen wir auch nicht ran. Was? Jetzt haben wir eine Wasserkelle aufs Gitter. Hey, findest du das lustig? Äh, was haben wir... Ah, jetzt haben wir die Perlen irgendwie... Hä? Was wollte ich gar nicht? Hier, zurück. Schlechte Idee. Äh... Zu weit! Hey! So, okay, äh... Verstehe ich jetzt nicht. Handtuch? Nee, das Handtuch nehmen wir lieber nicht. Die Wasserkelle will ich haben. Rück doch! Ach, ich muss mich hier durchkämpfen, oder was? Schweißperlen? Was soll das denn? Ist das ekelig. Aber sowas von. Hey, findest du... Hey, geh weg mit deiner scheiß Hand. Was haben wir hier noch? Ältester Treus. Was sind wohl die Jobvoraussetzungen, um Ältester zu werden? Hm, Kohle. Ja, los. Greif rein, Rufus. Greif rein. Funktioniert irgendwie nicht. Warte mal. Wir sind hier eingeklemmt. Schweißperlen? Und nun? Warum kann ich sowas überhaupt machen? Das ist... Was ist hier los? Zu weit! Äh... Warte mal, jetzt... Jetzt hab ich Schweißperlen. Hier kann ich irgendwie nichts machen. Ich hab auch das Inventar nicht. Echt merkwürdig. Warum hab ich kein Inventar? Warte mal. So stimmt hier nicht. Normalerweise muss man doch ein Inventar ausrollen können, aber das geht gar nicht. Wir kommen also nicht hier ran. Und dann kriegen wir erst mal die scheiß Perlen. Gitt. Hm, Oberklauber. Ich bin so gut in Form. Ich schwitze nicht mal. Ja, das funktioniert so nicht. Äh... Okay, Handtuch. Danke, aber meine Hände sind... Hm. Okay, so wird das nichts. Nee. Okay, wir brauchen wieder die Perlen. Das heißt, wir müssen hier Wasserkelle. Ich... So, jetzt haben wir die Perlen. Oberkörper. Äh... Nee, Handtuch. Schlechte Idee. Zu weit! Weißt du, ihr könnt doch ja auch nichts machen damit, Mensch. Ist doch scheiße, ist das doch hier. Mehr geht doch gar nicht. Wenn ich doch... Was? Was standet ihr da? Wenn ich doch nur etwas flutschiger wäre. Na, wir haben doch hier die Schweißperlen. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Ich kann das Inventar nicht benutzen. Bestimmt habe ich Schweißperlen im Inventar und ich kann nichts machen, weil irgendwie... Ich weiß auch nicht. Wie kann man denn das Inventar auch rufen, ohne Mausrad zu rollen? Irgendwie funktioniert es gerade nicht. Verstehe ich nicht. Was sind... Ich kann nichts machen. Sorry. Irgendwie spinnt das Spiel gerade. Ich weiß nicht warum. Was für... Nee. Ich... So. Oberkörper. Können wir nicht machen. Das kann... Hey, findest du... Ich kann nichts machen. Und ich kann nicht mal mit meinem Oberkörper interagieren. Ich bin so... Er schwitzt nicht. Er muss... Ich weiß schon, was das Rätsellösung ist. Ich muss mich mit Schweiß einreiben, damit ich hier durchkomme. Aber das funktioniert nicht, weil irgendwie spinnt das... Ich komme nicht ins Menü. Das ist zum Kotzen. Was ist denn hier schon wieder los? Sag mal, ich versuche mal was. Ah, das riecht mich auf. Das Spiel ist irgendwie verpackt. Und ich habe... Vielleicht liegt es an dem neuen Update, was irgendwie dazu gekommen ist. Für das Spiel. So. Und jetzt lade ich einfach mal neu. Okay. Komm nicht ins Inventar. Ich komme nicht ins Inventar. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich kann nichts machen. Ich kann nicht mal die Kohlen oder sonst was machen. Ich komme an nichts ran. Danke. Du sollst das Handtuch nehmen und nicht deine Hände dran trocken machen, Mensch. So, da komme ich ran. Ich habe alles probiert. Ihr habt es gesehen. Ich habe alles probiert. Ich komme aber nicht an die Schweißperlen ran, weil ich das Inventar nicht öffnen kann. Weil das ist... Normalerweise müsste ich es immer öffnen können. Also das ist schon ein Zeichen dafür, dass es verpackt ist. Jetzt habe ich gespeichert, dich Dussel. Ah, Mann. Na gut, Leute. Ich mache jetzt mal einen kurzen Cut. Und spiele nochmal bis zu dieser Szene und gucke, ob ich dann das Inventar öffnen kann. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Und Tetewete sind wir wieder zurück nach diesem kleinen Cut. Und der war wirklich nötig. Denn ich habe einen richtig nervigen Bug entdeckt. Beziehungsweise der war noch nicht so unbekannt. Und der hat mir es ermöglicht, nicht weiterzukommen. Beziehungsweise weiterzuspielen. Die Tatsache war nämlich, das zeige ich euch gleich. Wenn ich nämlich jetzt hier auf die Schweißperlen gehe. War in der vorigen Aufnahme nämlich hier, wie ihr seht, Mauszeiger, die Armkette zu sehen. Ich konnte nicht dieses Symbol bekommen. Das war nämlich der Clou im Ganzen. Und da habe ich darauf natürlich gleich versucht, das Spiel nochmal bis zu dieser Stelle zu spielen. Hat auch nichts gebracht. Für die Leute, die dasselbe Problem haben, schaut mal bei Deadalick nach. Es gibt, wie gesagt, ich habe den Entwickler direkt angeschrieben. Und den Fehler geschildert. Daraufhin hat mir Deadalick natürlich geantwortet. Und einen Link gegeben zu einem Savegame, die auf der offiziellen Seite zur Verfügung stehen. Das könnt ihr übrigens auch nachschlagen für die Leute, die dasselbe Probleme haben. Und sich den Savegame runterladen. Ich musste, wie gesagt, mir den Savegame jetzt holen. Ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt alles im Moment getan habe und was nicht. Aber ich denke mal, das müsste jetzt auf demselben Stand sein, wie mein normaler Savegame. Nur mit der Tatsache, dass ich halt weiterkommen kann. Ich glaube, dieser Fehler ist auch nur in der Computerbild-Spiele-Version, die ich nämlich gekauft habe nach dem Releasetag. Und da ist ja das Problem, dass das Ganze passiert. Naja, egal. Jetzt können wir jetzt weiterspielen. Und es ist, wie ich gesagt habe, wir brauchen auf jeden Fall die Schweresperlen, um uns nämlich damit einzureiben. Wir holen uns noch die andere Seite. So, jetzt können wir nämlich uns selbst einreiben. Weil wir nämlich nicht schwitzen. So, und jetzt können wir, glaube ich, an die Kelle kommen. Ne, halt. Jetzt müssen wir, glaube ich, das Armband nehmen und an das Gitter packen. Hey, findest du das lustig? So. Jetzt ist, äh, McChronicle weg. Und wir können jetzt an die Kelle kommen. Weil wir nämlich glitschig genug sind. Was können wir jetzt machen? Jetzt weiß ich, jetzt bin ich wieder, sagt, komplett blind. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. In die Kohlen werfen. Ins Handtuch. Äh. Da ist doch jetzt Wasser drin, wa? Was wohl passiert, wenn ich jetzt aufs Handtuch mache? Und was war das jetzt? Ein Test. Du hast bestanden. Hä? Was? Nochmal. Äh, in die Kohlen. Ne, das können wir nicht machen. Der war leer. Das Ding war leer die ganze Zeit. Ne, das... Ich glaube, wir müssen die Kohlen... Ne, okay, warte. Was passiert, wenn wir das machen? Jetzt jammer doch nicht so rum. Da, der Weg ist frei. Madame, nichts wie raus hier. Oh, das war jetzt schmerzhaft. Okay, das war ja sogar die Lösung. Mehr können wir nicht machen, jetzt können wir raus. Wir können jetzt rausglitschen. Himmel, sie sind überall. Jetzt haben sie Frau Zinkel entdeckt. Schnee, Frau Zinkel, fliehen Sie. Nein, nicht da rein. Da gibt's der Waffenstand. Das war aber ungemütlich. Wo bleibt ihr denn? Hier ist die Hände los. Wissen wir schon. Schnell, aktiviert die Notfallkontrolle. Ah. Kann sich irgendjemand an die Codes erinnern? Die stehen auf einem Zettel im Notfallcode-Fach. Gut nachgedacht. Wie ist der Code für das Fach? Wartet, das krieg ich raus. Ist sozusagen meine Spezialität. Gut, machst du das. Okay, also das artet wieder in ein Minigame aus. Wir sind schon im Teu-Aquarium. Ja, ist ja gut. Mach doch jetzt. Was haben wir hier reinschieben, 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 reinschieben. Die Söhne Marmor-Fresken. Und wir müssen das Fach öffnen. Du schaffst das. Also hier sind auf jeden Fall nummernorientiert. Hier ist die 5, hier ist die 1. 2, 3, 4, 5. Ach so. Jetzt halt doch mal die Klappe da hinten. Sieh zu. Okay, dann dreht der sie runter. Dann drehen die sich hoch. Gut, machst du das. Ach, die kann man noch weiter reindrücken. Sie haben die Sushi-Fontäne entdeckt. Die Söhne Marmor-Fresken. Ach so. Weiter geht nicht. Okay. Sie sind schon im Teu-Aquarium. Die Söhne Marmor-Fresken. Äh, das war ja ja auch nicht. Oh, halt die Schnau... Ne, sag ich nicht. Wir glauben an dich. Wacht, ich hab die Codes. Zu spät. Sie klettern die Mauern hoch. Schnell. Nichts vor. Geht ja schon los. Alpha, Alpha, Gamma, Gamma. Dieser Code ist voll der Hammer. Sie kommen durch den Lift, Klacht. Gamma, Beta, Gamma, Beta. Abbruch lieber jetzt als später. Es funktioniert nicht. Weil das die Abbruch-Codes sind. Die richtigen Codes stehen auf der Rückseite. Ja, sie haben mein Bein. Ja, ah, ah, ah. Da, Eilung. Hä? Moment. Da, Alpha, Beta, Gamma, Zeta. Nicht so schnell. Nicht so schnell. Äh, ach nö. Sie haben jetzt kurz Zeit gesetzt oder was? Oh nein. Oh nein. Scheibenkleister, das gibt's doch nicht. Ähm. Hey, wer ist da? Zimmerservice, okay? Ein Klo? Sind etwa die... Ja, verdammt. Die D-Spots haben dann so eine Krankheit, die ich mir gerade ausgedacht habe. Die heiligste habe ich vergessen. Den blöden Helm bringe ich auch zur Reinigung. Ähm. Aha. Dann machen sie das. Aber pronto. Okidoki. Och nö. Nein. Jetzt müssen wir alles nochmal machen. Och nö. Das kann doch nicht wahr sein. Toll. Alles nochmal. Ja, ja. Uwe, du kannst mich auch mal. Verdammt. Was haben wir falsch gemacht? Äh. Das war... Na ja. Gut, gehen wir wieder runter. Ach man. Alles nochmal von vorne. Wisst ihr, wie viel das war? Dann müssen wir das nochmal mit den Tieren und alles nochmal... Och nö. Das ist noch jemand. Ach so, ja, ja. Cool, bla bla bla. Aha. Cool? Ja? Wer spricht da? Ah. Du darfst nicht. Jetzt wippt. Ich wippt und wippt geht. Ja, ja. Schnelldurchgangs bringt ja eh nichts, sie aufzuhalten. Was haben wir denn daraus erkannt jetzt an der Kenntnis? Wir konnten... Ich wollte eigentlich nur hier rausgehen. Warte. Moment. Raus. So, jetzt können wir den Fahrschuh benutzen. Was? Hilfe. Was? Wieso sind die... Was? Wieso sind die Fuelops jetzt hier oben? Die Marschbücher? Nein. Scheidenkleister. Was? Gib. Hey, wer ist da? Zimmerservice. Ein Klo? Ah, verdammt. Die Gamesports haben... Äh, sag mal, aber pro... Okidoki. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Also die Fuelops sind jetzt schon da. Hä? Was? Das kann doch ja nicht sein. Das verstehe ich jetzt nicht. Kann man das runterspüren? Wieso? Das ist doch... Also wir kommen ja gar nicht raus. Wir müssen irgendwas anderes machen. Ob es damit zu tun hat, dass wir hier Goal irgendwie wahren müssen? Hör, die sind auch weg. Irgendwas stimmt hier nicht. Aber was machen die im Fahrstuhl? Okay, kratischen wir sie nochmal an. Goal? Ja? Wer spricht da? Mein Name ist Rufus. Ich kenn keinen Gufus. Das heißt ja auch Rufus. Kusus? Rufu? Kuh. Nein, Ruf. Aber mit Fuß. Kuhfuß. Nein, ich... Ach egal. Mein Name spielt keine Rolle. Na, jetzt irgendwie... Na, das sehe ich aber anders. Ich habe es zufällig sehr eilig. Wenn du nicht mal deinen Namen über die Lippen bekommst, kann ich dir auch nicht helfen. Ja, das klingt ja alles ganz spannend. Aber ich habe leider keine Zeit. Mach's gut, Fremder. Nein, stopp! Hm. Das war ein Reinfall. Okay. Hm, keiner da. Vor allem wir sehen, da ist keiner da. Aber wenn wir jetzt hier in den Fahrstuhl gehen... Hilfe! ... ... Musik Musik Musik